Herzlich Willkommen zu einem neuen Map-Review von uns und diesmal von der Walking-Dead-Map. Ja, und mit diesen drei Leuten hier, Argel, Ben und Philipp. Hi! Mal wieder schön, euch zu sehen. Fangen wir an. Ja, sehen, Philipp. Wo bin ich denn? Okay, wir müssen uns hier mal stecken, ich geh ins Haus. Mach jemand die Zielgruppe! Sollten wir nicht am Tag anfangen, irgendwie? Nein, nein, das passt schon. Die Sonne geht grad auf, Argel. Achso, gut. Ist das ja einfach ne ganze Scheiße. Uh! Schallplatte, wow. Wirkenholz. Erfahrungsflaschchen. Golderz, ich brauch nen Golderz. Was brauch ich bitte? Schneebälle? Ich bring euch alle Erfahrungsflaschen und so weiter, ne? Ja, ja. Das Problem ist hier, Argel, die Zombies kommen am Ende ins Haus rein. Ah ja, wichtige Regeln, ihr dürft nichts abbauen. Zweite wichtige Regel, hat die mit die Tür zugemacht. Alter! Da sind wir mit so vielen Federn. Die brauchst du nicht! Du musst alles schnell rausnehmen, weil du hast nur nen Tag Zeit. Und es ist dazu da, dass du, ähm, nicht sehr viel ne... Oh, hab ich viele Erfahrungsflaschen. Oh Gott, der fackt wie viel Hühner! Im Krieg da war Zeug drin, Tom. Ich weiß. Ich geb mir grad noch ein bisschen Erfahrung. Der geht nicht zum Hühnerstall, der ist so viel Hühner. Am Gast, ne Goldene. Oh, ich bin Level 17. Idiot. Ich hab nen Verzerrungsbuch, Verzerrungsbuch und du? Was habt ihr alles? Verzerrungsbücher, Goldwerkzeuge. Hab ich alles nicht. Ich hab noch nen Holzschwert. Ich hab nen Holzschwert voll aufgerüstet. Ich hab Eisenerz, 30 Stück. Ich hab 30 Eisenerz. Wieso hab ich denn nen Holzschwert verzockt? Ich hab 6 Eisen. Wo ist nen Ofen? Hat's hier nen Ofen? Ich hab Kohle. Hat jemand Eisen? Ich hab nämlich Holz. Ich hab auch Kohle. Äh, ne, keine Kohle. Ich hab, äh, Dings... Wenn man ein bisschen mehr das Eisen gibt, ich hab genug Zeug, um was draus zu bauen. Eisenerz. Ja, ich hab die Kohle, wenn du willst. Also, wir können uns zumindest nen Ofen machen. Hier ist ein Dior. Alter, hier ist noch sauviel gedönst. Argel, hier ist ein Ofen. Holzbulle, Holz... Argel, gib mir mal das Eisen schnell, ich schmelze das. Wo bist du? Äh, wo bist du? Ich bin hier in so nem... Da hat's zum Zimmer. Ich hänge ja fest. Gib her, Argel. Äh, da ist noch die Scheune, gell? Gib her, schnell, komm. Ich schmelze das oben. Äh, warte, hier ist noch... Hier ist auch noch Eisenerz und so. Für den Ofen, Holz, Holzkohle. Äh, und Erfahrungsfläschchen vielleicht noch? Der kann sich das selber geben, sonst... Ah, so ist gut. Wo seid ihr... Hat jemand denn in der Werkbank? Wenn ich vom Postkriege noch die, äh, Dings der war. Mit der Werkbank? Ich glaub, wir sollten mal, äh, noch hier das Zeug abgrasen. Das, äh... Werkbank. Mampf, Mampf. Getreide. Werkbank. Wo war da wohl der Ofen? Von der Werkbank. Ich tu das alles mal in den Ofen rein. Danke. Äh, Tom, wie kommt man denn in die Scheune? Wo ist sie schnett? Da ist das Spawnymonster drin, aber ich will nicht hingehen. Stimmt, da würde ich nicht hingehen. Oh. Ich geh doch in den Wohnwagen, da hat's auch noch Zeug. Da sind ja noch... Da hab ich schon geblendert. Du Idiot. Ich hab, ähm, drei Eisenschwerter. Gut, gib meins her. Ich brauch auch einen. Aber da sind Knöpfe. Ich blöde mal da in den Hühnerstall. Hat's noch richtig irgendwo hier eine Verzauberungs... Wer macht die Tür mal nicht zu, Junge? Mach die Tür zu. Hey, soll ich die Hühner töten? Alter, ich hab noch jede Menge, äh, Mampf, Mampf. Braucht ihr mal was zu essen? Ich hab verdammt viele Hühner. Ihr müsst jegliche Tür zu machen. Ich bring mir einfach mal alles mit, was ich finde, okay? Ja. Immer jede Tür zu machen, sonst haben wir nach dem Ding. Das ist ja nur Gold. Ari, wo bist du? Draußen. Komm rein. Mach die Tür zu! Aua! 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 Da hast du ein paar Aja. Mach die Tür zu, sonst haben wir noch ein Problem. Uh, ich mag ja gerne Aja. Was? Was? Da, mach den Spiegel halt raus. Gibt das einen Schaden? Au, Ben, lass es so gehen. Das ist nicht cool. Der soll tatsächlich gegenseitig töten. Braucht jemand ein Eisenschwert? Ja, gib mal her. Ähm, sollt mich die Bäume stehen lassen? Ja, wir dürfen nichts abbauen. So. Auch kein Getreide? Nein. Na doch, das schon, glaub ich. Ja, eben. Weil es... Ah, gemacht hab ich. Ich bin grad, äh, weit vorm Haus, also... Ähm, ich hab ein Verzauberungsbuch. Was bringt das mir jetzt? Gar nix. Du kannst dein Zeug verzaubern. Ja, wo? Oh, Haltbarkeit. Kann ich noch einen Zauber drauf machen? Was ist im Brunnen? Ist ja scheiß. Ähm, da ist ein Geheimgang, glaub ich. Bringt's der? Ich weiß nicht, ob da, ähm, auch irgendwas drin ist. Haben wir der Werkwerk? Spawn hinter dem Wald. Unten in der Küche. Haben wir eine Werkbank? In der Küche unten. Haben wir eine Werkbank? In der Küche unten. Du Schwuchtel. Da baue ich mir schnell was. Also, Ben. Hast du ein Goldschwert? Ja. Ah, aber diese Bonzen. Ich hab einen Goldhelm geholt. Ist das ein Auto? So ein Truck? Ich hab zwei Stück. Ich glaub, auf dem Truck kann man gut verteidigen. Glaubst du? Am Anfang schon, am Ende nicht mehr. Ich bring mal die ganzen Pilze mit. Ich hab mir mal ein bisschen Rüstung gebaut. Ihr könnt euch noch aus dem Rastzeug was bauen. Mhm. Ich hab jetzt mal eine Brustpanzer und Schuhe. Mir läuft ein Chicken nach. Soll ich Eier mitbringen? Nee, ich bring mal Eier mit. Wer hat die Eier freigelappt? Wer hat die Hühnchen freigelappt? Das willst du gar nicht wissen. Guck mal, ich hab einen Zauberstab. Das sieht aus wie der von Harry Potter. Au! Oh Gott. Ey Tom, der Seelensand sieht bei mir voll ekelhaft aus. Da bewegen sich nämlich die Münder. Ja. Ja. Bei mir sieht das Haus eigentlich übelst geil aus. Agel, gib dir den... Nein, in der Scheune. Warte, geht's nicht los? Tür zu machen. Pletzt Nacht ist. Es geht doch schon die Sonne unter, oder? Keine Ahnung. Ich find die Sonne nicht. Äh... Ich hab noch gar nichts. Nur mal so. Wo ist hier ne Bergbank? Hä? Gibt's nicht vorbeibacken? Hier, wo ich bin, Agel. Guck mal, wenn man die Sonne sieht. Alter. Klatsch, klatsch, klatsch. Gehen wir am besten mal hoch. Wer ist hier schon offen gelassen, ihr Hohlköpfer? Mach die Tür zu. Ich bin draußen. Ja, bleib draußen. Nein, ich glaub, wieder Reib ist mir hier. Ähm, ich bräuchte Eisen. Tom, lenken wir beide sie ab, weil wir haben ne Rüstung. Äh, ich hab keine... Ich hab Brustpasser und Schuhe. Ich hab gar nichts, hallo. Ich hab doch zwölf Leder. Ich könnt euch noch... Mach mal. Hose, wenn nicht schlecht. Äh, und ich? Krieg ich auch irgendwas mal so? Du versteckst mich mit Ben. Ich hab Gold wert. Vergrab dich oben mit Ben. Mit was? Mit Ben. Ich hab aber nix. Ja, deswegen bleibt ihr oben. Wir versuchen euch zu beschützen. Tom, wo bist du? Ja, aber wir müssen alle was haben. Ich brauch... Hey, das ist ein Smile-Eisen, wo ich geholt hab. Tom. Hä? Wo bist du? Oben. Wachsen wir mal bitte ein paar Rüstungsteile noch? Wer fehlt noch ein Helm? Ja, ne, ich hab die Hose gemacht. Den Helm mach ich auch noch. Uh, die Hose. Ich will doch nicht ohne Hose hier oben, Ben. Ich grad noch so ne Kappe. Oh, wie süß, ne Ente. Hier, da hinten. Gehen wir mal link nach links. Guck mal, da ist ein Ente da in der Spüle. Ey Tom, bei mir ist die Hose. Hör das. Der Goldhelm so aus wie ne verdammte Krone. Leder. Ich hab's umgebracht, ich bin ein Monster. Tom, gehen wir auf den Wohnwagen draußen? Ja. Tom, gehen wir auf den Wohnwagen? Ja, cool. Ich hab noch gar nicht so nebenbei. Kriegst du eine Hose? Kriegst du? Ja, wow, ich hab Leder gefunden. Kommen eigentlich nur Zombies und bekommen alle Viecher. Lederrüstung? Ich hab's ne Kiste, da kommen wir aber nicht dran, weil da was drüber ist. Also im Wohnwagen sind Schokohuchen. Ich dacht schon Schokobo. Wir sind hier nicht in Exit. War jemand schon im Brunnen? Hast du das Zaubertes Schwert? Was, wo Tom? Ja, war jemand schon im Brunnen? War glück. Ich war mehr. Nein, ich war nicht drin. Weißt du, dass du da nie wieder rauskommst da? War nur Scheiße drin. War nur Gold. Nur so ne Frage für's. Wann geht's los? Wenn die Sonne untergeht. Bum, 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 bum. Bäh. Wir könnten uns ja noch ein paar Punkt an hier oben. Tom, wo hast du das ganze Eisen hin eigentlich? für seine Rüstung. Nein, wenn das verbraucht wird. Ich habe ein Holzschwert. War auch toll. Ich habe noch ganz viel Eis. Ich hatte einen Goldschaufen, eine Steinachse und eine Goldhacke noch. Ich habe noch ganz viel Eis. Noch zwei Verzauberungsbücher und drei Stöcke. Trank dir Direktheilungen. Richtig fertig. Ähm Was ist so ein Feuer? Goldkos. Woah, hinter uns. Was? Oh mein Gott, das ist ein Zombie. Wie verzaubert man Gegenstände mit Büchern? Der Ambus, der draußen steht. Wo ist der? Draußen. Alec, komm hier. So eine Frage. Philipp, guck mal auf da vorne. Philipp, ab ins Haus. Ach du Scheiß. Mach die Tür zu. Ähm Habt ihr auf die Felder geschaut? Was? Wir haben jetzt schon verloren. Leck mich doch am Arsch. Komm doch hoch, Angel. Ach du Scheiße. Ich hab kein Verzauberteschwert. Alter. Ähm Ben, guck mal da. Ben, Tür nicht abbauen. Das ist meine Tür, hab ich selber gebaut. Wie viel Spawn, da? Aber wir sollen keine Sachen setzen, Ben. Man darf sich das Abbau nicht setzen. Das ist meine Tür. Philipp, komm nach unten und Hilfe, die Tür zu verteidigen. Ich nehm die Hinserre. Gnome! Ah! Ah! Philipp, ich komm rein. Das war ein Fehler. Nein, du bist jetzt hier oben, okay? Philipp, die sind drin. Ah! Philipp, die haben's reingeschafft. Ah! 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 Ich flüchte durch die Terrasse! Oh mein Gott, ich bin tot! Scheiße! Oh Scheiße! Oh Mann, sind wir scheiße! Wie lange haben wir durchgehalten? 30 Sekunden? Ich lebe noch! Ich auch! Ich hab die Tür eingepflanzt! Warte, ich komm mal bei euch vorbei. Ah, Beck, komm mal hierher! Wo seid denn ihr? Ich will euch zuschauen. Ich bin auf dem Balkon. Ey Tom, gib mir mal kurz Game Out, bitte. Warte. Ach du Scheiße! Gib mal. Ey, zeig mal. Manny. Nee, Game Out, Manny. Danke. Lebt ihr noch? Ja. Äh. Ich bin bei Philipp! Ich bin auf dem Balkon! Ich kann nicht helfen. Ich bin rausgepackt. Das ist gegen die Regeln. Kann man nicht ganz hoch? Nee. Nee, kann man nicht. Ich hab mich rausgepackt! Das ist nett. Wie klein, Bonston! Komm zu Elbel, komm her! Ey, die Scharfschützen, komm! Was, wo? Da hinten. Oh fuck. Ey, ich will ja nicht sagen, dass es verdammt viele Zombies sind. Ja, ich hab mich noch eingeschlossen. Ey, du musst dir das mal anschauen. Die lappern hier alle durch die Gegend. Die haben Rüstungen. Alter! Fuck! Okay, das ist leicht übertrieben. So langsam fängt das Spiel an zu laggen. Ich hab nur noch 30 FPS beim Aufnehmen hier. Ja, ich hab noch 50. Wo sind meine Hunderten? Nein! Mein Trank! Der Trank ist runtergefallen! Hi, Philip! Kann man nicht da irgendwie entkommen? Philip, geh wieder rein! Hör auf dich rauszubangen! Geh wieder rein! Ich kann sie auf mich locken! Philip, geh wieder rein! Philip! Ich komm aber nicht mehr rein! Geh rein! Ich hab mich hier eingeschlossen! Alter, das Spielfaktor! Ich hab nur Vollkosten! Wie viel Spawn denn da noch? Der hat sich eingebaut! Was? Das darfst du nicht! Mach das wieder auf, Ben! Ach, komm! Und cool! Hast du die Tür gesetzt, Ben? Ja, hatte! Ey, das ist ja uncool! Mach arg, mach mal die Tür weg! Was? Nein, Ben, das machst du weg! Oh, Bitch! Oh, fuck! Der ist durchgepackt! Ich mach's gleich weg! Okay! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Die packen durch! Hey! Weg dich! Hey, die Tür geht nicht mehr! Ah, ich piss mich! Mach ich mal die Tür kaputt! Bleibst da drin, Philip! Wo ist der Abendboss? Halleluja! Philip, aufhören zu! Was machst du? Hey, Tom, wo ist der Abendboss? Geh auf, geh auf, geh auf! Ah, hier! Geh auf, geh auf! Philip! Guck mal nicht hinter dich! Alter, wie das Spiel! Wie viele Zombies kommen denn da noch? Die spawnen ja immer noch! Mach uns doch mal weg! Alter, die FBS brechen so ein! Ich kenn mal ein paar Zombies hier! Hey, Philip, wo bist du? Ich bin nur steil! Wie geil aussieht! Ich helf ihm mal! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich glaub, du stirbst da drin grad! Einer gegen, keine Ahnung, 10.000! Er spielt hier 300 nach! Er steht da so in der Ecke! Unsere Parodie aus Eoschüs! Was? Ey, der hält sich gut! Oh! Und noch einer ist raus! Du hast gecheatet! Guck mal, die Tür waren die nicht mal kaputt! Die Backen! Cheater! Cheater! Der hat die eingebaut! Alter, der kannst ja ewig schlagen! Ey, Tom, das ist unfair, du Cheater! Ach du Scheiße! Ey, du sollst ja nicht langsam nicht mal in der Tunnel aufgehen? Benet, denn hier sind hunderte her! Cheater! Gar nicht wahr! Wieso der Tunnel? Normal sollte der Tunnel aufgehen! Der geht doch auf sicher! Aber es stand da, äh, the farm is lost, run to the tunnel! Ben, wo bist du? Ja, wahrscheinlich erst am Tag, wenn's aufgeht. Weißt du, es backt und da musst du nur gucken, wieviel... Du Cheater! Stehst du einfach auf dem Dach? Du Cheater! Ich hab einfach das Glas kaputt gemacht! Ach, Ben, man darf drauf! Fuck, ich bin hängelieben! Flieg runter, flieg runter! Guck mal, Tom hat's das gleiche! Du fliegst jetzt da runter! Tom, er stößt die Regeln! Du, Ben, du hast schon... Schon von Anfang an... Ah, er ist runtergeflogen! Uhuhuhuhu! Ahahaha! Du bist voll die Scheiße! Ey, du wirst doch sterben! Ich helf ihm, obwohl ich mir eh nix bringe! Ahahaha! Wieso hältst du so lang durch? Fuck! Ahhhh... Wenn du es geht, schweete! Blöcke setzen und ähm... Ich würd sagen, du musst desqualifizieren! Ja, aber du... Du griffst ja grad noch mehr ab! Ähm, Benni, das ist der Spawn, gell? Du rennst in den Spawn rein! Die rennen sich alle gegenseitig ab! Wie viel Spawn denn da noch eigentlich? Guck euch mal das an, wie viel das sind! Und die springen alle in den Brunnen rein! Mann, da kannst du ewig schlagen! Ben, du kannst doch einfach in den Brunnen gehen! Ja, gell? Ja, der Brunnen war ja mein letztes Resort, damals! Ne, hier unten sind auch welche! Oh Gott, da... Okay, geh nicht in den Brunnen, das ist Selbstmord! Piss dich mal da! Benni! Die Zombies sind verdammt unfähig! Nein! Nein, Ben hat's geschafft! Ich hab dich gecheatet! Ja, der hat gecheatet! Ben, du bist desqualifiziert! Ich hab gar nicht gecheatet! Du hast die Tür zugebaut! Du hast blöcke gar nicht! Ich hab's gesehen, Ben! Ich hab's auch gesehen! Ich hab's noch wieder weggemacht! Ja, gut! Das zählt schon, das Cheapen! Ach! Oh, der Fell reckt sowieso noch! Okay! Wir machen mal hier einen Cut und dann machen wir noch die Bewertung! Ja, würde ich auch sagen! Jo! Also, kommen wir zur Bewertung! Wie viel gebt ihr für Aussehen? Äh... Würde ich sagen 5, ja! 5! Eindeutig 5 Punkte! 5! Ich geb auch 5! Sieht echt sehr nice aus! Und Abwechslung? Nee! Gott! 4! 3! 4, 3! Und Abwechslung? 2! Ist nicht wirklich viel Abwechslung! Ja, das ist nicht viel Abwechslung! Ich geb mal, weil's so gut ist! 3! Und wie viel geb ich für Spaß? 4! Weil... 5! Ich würd 5 geben! Es hat wirklich Spaß gemacht! 5! Es macht halt sehr viel Spaß! Äh... Und was ist mit Verständlichkeit? Ähm... Also, es ist sehr verständlich! Man... Klar, man muss ein... Also, 5! Hm... Okay, da stemm ich zu! Und mir auch 5! Also, gut! Ja, die Map war super! Alter! Recht! Eine der besten Maps, die es gibt! Also, und so! Auf Wiedersehen! Bis zur nächsten Map! Ciao!